Es ist Samstag, der 12. Mai 2012 und genau 21 Uhr und wir melden uns live vom 823. Hamburger Hafengeburtstag. Herzlich Willkommen zur größten und gigantischsten Schifffaufe. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich taufe dich auf den Namen AIDA MAH. Mögen dich Glück und Freude auf all deinen Reisen begleiten. Ich wünsche dir, deinen Gästen und deiner Crew allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Ich wünsche dir, deinen Gästen und die 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 Gäste. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle, Sissi. Wie geht's dir? Dankeschön. Du weißt gar nicht, was du sagen soll. Nee, jetzt fällt auch schwer, was zu sagen, ja. Was war das für dich für ein Moment, als du da gestanden hast, den Hebel umgelegen und kommst? Also einfach unbeschreiblich. Ja? Ja, auf jeden Fall. Und es war wirklich toll, da zu stehen und ich glaube, man kann so einen Moment gar nicht lang genug genießen.